Immer im September wird die Altstadt von Bremgarten zur grossen Galerie. Eine einzigartige Geschichte im kulturellen Austausch. Das hat der Verein Fachgeschäfte Altstadt Bremgarten initiiert und zur grossen Freude von den Besucherinnen und Besuchern bereits zum vierten Mal in Datum gesetzt. Das Städtli ist mit seinen 50 Fachgeschäften und Verkäfsräumlichkeiten einmalig, da sie in eine Galerie von 50 Künstlern und Künstlerinnen verwandelt wird. Zudem werden die Gassen mit Skulpturen bereichert, wodurch Bremgarten zu einer beliebten Art von Begegnungen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 р Abenteuer Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017